Kunst und Kultur erweitert den Horizont. Kunst und Kultur nährt und ernährt. Es wäre sinnvoll, entweder eine wirkliche Unterstützung, eine finanzielle, noch mal eine vernünftige, die man uns anbietet oder einen Weg rein, der vernünftig ist, der mit Corona, also wir sind ja gar nicht da, wir verleugnen ja Corona nicht, aber ein Weg, der für uns alle machbar ist. Außer nur draus mal irgendwo aufzutreten nebenbei. Dass man als Künstler gar nicht mehr arbeiten kann, aber auch keine Höfen bekommt wie andere, große Lobbys und Betriebszweige, Autoindustrie, Fluggesellschaften. Und alle können Bahn fahren und fliegen, ganz eng an eng, aber im Theater bleibt alles ungewöss und geschlossen. Lass mich in eurem Alten drüben.